Drachen Post aus dem Tienemann Verlag. Dieses Buch ist wirklich richtig cool. Ja, wie ihr auf dem Titelbild schon sehen könnt, es geht um Drachen. In diesem Buch findet der Junge einen Drachen und das Buch ist komplett anders aufgemacht als die ganzen anderen Bücher, die man so kennt. Die meisten Storys stehen nämlich in diesen Briefen. Und zwar sind da wirklich richtige Briefe drin. Ich habe das auf dem Video versucht für euch mal zu filmen. Der Alex, so heißt der Junge in dem Buch, der sucht sich nämlich überall Hilfe. Zum Beispiel schreibt er an die Feuerwehr einen Brief, weil er ja Angst hat, dass der Drache demnächst mal Feuer speien könnte. Also bekommt er einen Tipp von der Feuerwehr, was er machen soll. Und als nächstes überlegt er sich dann, so ein Drache hat ja auch Hunger. Und dann gibt er dem Drachen Marmeladenbrote. Diese Marmeladenbrote schmecken dem Drachen nicht, also schreibt er einen Brief an den Metzger. Und so zieht sich das durch dieses ganze Buch. Es ist wirklich witzig. Ich kann es definitiv nur empfehlen. Es ist eins meiner neuen Lieblingsbücher. Und so zieht sich das, was er macht, was er macht, was er macht, was er macht, was er macht. Vielen Dank.